Guten Tag, schönen guten Tag, schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Professor Udo Russland-Vischte aus der Technischen Universität zu Berlin und ich möchte uns die meist besonderen Grundsteine unserer Energiewende, unserer energetischen Politik für die Zukunft präsentieren. Also alles basiert auf den Problemen, ja, wenn Wind weht, ja, sehen Sie hier, wenn Wind weht, das ist gut, ja, dann die Energie wird zu allen unseren persönlichen Häusern geliefert, ja. Ja, wir haben nur Probleme, wenn manchmal, manchmal Wind weht nicht, aber dann, dann können wir zum Beispiel zusätzliche Energie aus Russland kaufen von dem russischen Diktator, in Form von Erdgas natürlich, kein Problem hier, ja. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, bitte.